Was geht ab, meine Freunde? Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute ist Eisebilder mit ihrem neuen Pulli. Was? Mein neuer Pulli? Dein neuer Pulli? Nein. Nein, aber wie ihr vielleicht schon sehen könnt, sind wir endlich wieder in einer Tourenhalle. Warum sind wir heute hier? Weil wir was ganz besonderes vorhaben. Jascha hat mir ja diese Sicherheitsseile geschenkt. Und ich vertraue ja schon nicht, weil die Amazon-Bewertung, die waren nicht gut. Die waren voll gut. Nein, die waren nicht gut. Das hat halt keiner ausprobiert. Deswegen, bevor wir was Krankes damit machen, wollen wir die testen. Easy. Du testest die zuerst, ne? Nein, ich würde sagen, erst mal easy. Nee, auf gar keinen Fall. Doch, Sam, du bist leichter. Auf gar keinen Fall. Sam, auf jeden Fall. Wie viel wiegst du? 30 Kilo? Ja, 30. Also wir testen das erst mal mit 30 Kilo und dann testen wir das mit 65 Kilo. Wir werden mich da hinten an so Ringen hochziehen und mich fallen lassen. Was? Ja, safe. Ja, wie sollen wir denn sonst testen, ob Jascha mich umbringen wollte jetzt vorher oder nicht? Okay. Ja, aber schon richtig Bock, es wird mega witzig und let's go. Also als erstes ist Isabel dran. Nein, es geht doch. Wir werden Isabel jetzt hochziehen. Also, du bleibst jetzt hier stehen. Ich glaube, das Sicherheitsgeschirr ist gar nicht in Kindergröße. Toll, einmal nehme ich sie mit und schon läuft der einfach nach Hause. Jascha, wie sollen wir denn jetzt das Video zu Ende drehen? Ich packe es trotzdem mal aus. Ich bin in irgendeinem Raum. Umklappen. Alle nacheinander absuchen. Jetzt ist alle zu. Alle zu. Komm, komm, komm. Wir haben sie gewonnen. Ich dachte schon, hä? Warum ist das so leise? Ich guck so raus. Ich brauche mich. Nein, ich will jetzt erst und du jetzt erst, aber oh my God. Nein! Wenn ich dich schon einmal mit in der Trampolin-Ach, äh, Turnhalle mitnehme, dann muss ich ja auch irgendwas lustiges mit mir machen. Ja, das ist dein Video, also wo du es machst. Ja. Nein, ich mache es ja auch noch. Ja, du machst es zuerst. Ich zuerst? Ja. Und da machst du es? Ja. Sicher? Ja. Wie sicher? Sehr sicher. So, einmal Gassi. Really? Really? Los, schneller! Was soll das? Ey, ich habe Angst da hoch. Guck mal, wie hoch das ist. Ja, du gehst ja gleich hoch. Gleich machen wir easy da nach ganz oben. Äh, ist das richtig da? Also, wir kennen uns alle nicht aus. Wir machen es einfach hier richtig. Ja. Jeder macht irgendwas. Toll. Supersicherheit. Warum habe ich dich überhaupt mitgenommen heute? Sei mal produktiv! So, wir haben mich jetzt hier da dran gebunden. Ja, wir wollen jetzt das Ding gleich ausprobieren. Ich habe mich hier schon festgeschnallt. Wir machen erstmal einen Testdurchgang, oder? Oder machen wir direkt? Wir machen direkt. Nein! Machen wir erst einen Testdurchgang. Wir machen direkt. Kann ich mich jetzt eigentlich so hinsetzen und dann hänge ich schon? Ja. Warte. Toll! Ich bin komplett in der Luft! Film! Oha! Das funktioniert! Ja, mehr testen wollen wir jetzt auch nicht. Wir machen jetzt gleich direkt hoch und dann fertig. Oh, Sven! Ja, natürlich. Ich dachte, wir machen so einen Test zum Kleinen. Ne, das wäre ja langweilig. Aua! Ja, okay, hoch mit dir. Jetzt schon direkt? So, lass uns loslegen jetzt. Ich will endlich nach oben. Ich dachte, gerade wolltest du nicht. Ja, aber jetzt stehe ich hier die ganze Zeit. Was soll ich das sonst machen? Stimmt, ganz, ganz weg. Ich komme ja nicht mal weg. Diese Dinger haben mich hier eingesperrt. Welcome to our Videodreh. Das passiert, wenn dieser Welt früh aufstehen muss. Easy, zieh mich hoch. Ich bin auf oder nicht? Komm, los! Noch einmal zu unserem Plan. Wir ziehen Dima ganz nach oben, er hält sich dann an einem Ring fest, lässt diesen Ring dann los und wird vom Klettergeschirr aufgefangen. Vielleicht. Ey, das funktioniert supergut! Geil! Sag mir, wer hat sich das ausgedacht? Wir schaffen das! Juhu! Das fühlt sich wohl schon hoch an. Ey, sieht das hoch aus? Ja, schon. Ey, ich mach extra mich richtig leicht. Komm, nächstes. Ey, warum gibt das so auf? Film ihn mal. Nee. Nee. Ey, da war jetzt schon echt hoch. Hier, guck. Hallo. Junge! Wow, guck mal. Ich fühle mich so wie dieses Superman. Und gleich reißen die Seile. Naja, besser wäre, dass wenn die nicht kaputt gehen. Ich muss sagen, bis jetzt halten die echt gut. Noch. Guck mal. Ey, jetzt kann ich Spagate überentwickeln. Oh mein Gott, ich krieg's aber schon langs, wenn ich das sehe. Alter, du stirbst gleich. Juhu! Ich kann da gar nicht hingucken. Also hier war links mir noch, aber ich muss da hochgehen. Du hast gehalten! Ah, Joscha! Training! Training! Der hat einen Ring losgelassen. Los geht! Du musst da wieder rein! Ja, wie? 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 Das geht nicht! Ey, superplan! Superplan! Lass mich runter! So, wir haben mein 8 Minuten Video. Ich bin schon 8 Minuten. Ah! Oh mein Gott, da kam gerade Staub runter. Das krieg ich doch jetzt niemals hin! Das krieg ich doch jetzt niemals hin! Das krieg ich doch jetzt niemals hin! Ich hab's nicht runter! Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Ey, Mikla! Mit dem einen Arm bist du so im Sicherungsseil drin, das ist nicht geil! Rein aus Rindesicherheit! Ja, ich hab's geschafft! Ja, ich hab's geschafft! Ja, wir sind so richtig! Ich hab's geschafft! Ich seh' doch nicht, wie das da ausklingt! Ich glaub, das Ding hat schon einen Test bestanden! Ja, nein! Noch Mal! Ich glaube ich mache das nicht, wenn ich wirklich oben bin, ich werde nicht oben sein. Das ist eine coole Montage. Du 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 du. Ja. Schaffst du es mit dem Einschluss in den Sicherungsring reinzukommen? Nein. Der Ringer hat mich geschlagen. Ey, das hat er wohl schon bewiesen, dass er das Ding hält, oder? So. Ich bleib hier hängen. Tschüss Leute. Diva, du bist heruntergelassen. Endlich. Das ist mir ja auch wichtig. Mies. Mach. Ja. Ich hatte Angst zu dir. Du bist so.